So, jetzt gibt es hier nochmal die Hagersdorf-Zwischenwelt mit einer ordentlichen Gruppe. So, wo läuft der Adriano hin? Oh, okay. Jetzt weiß ich, wo er hinläuft. Die Zone hat sich anscheinend noch nicht resettet, weil wir waren hier gerade nochmal kurz drin. Dann aber jetzt hurtig-hurtig. Das ist immer das Problem mit dem Dungeon. Wenn man den einmal durch hat, dann weiß man nicht genau, wer muss rein- bzw. rauszonen, dass der dann wieder resettet wird. Jetzt probieren wir es gleich nochmal. Also, so ganz habe ich das auch noch nicht herausgefunden. Ich glaube aber, das hat irgendwie noch niemand hier. Es muss nämlich dann jemand anderer reinzonen. Also, der Erste in der Zone drin sein, als der, der es vorher war. Ich schreibe denen das mal. So, jemand anderer muss reinzonen. Also, ich war sehr fleißig. Ich habe schon Augenringe größer als, keine Ahnung was. 71, 19 und 7 Quest-Items. Habe ich zusammen gesammelt. So viel Glück hatte ich. Also, das ist schon mal eine ganz gute Ausbeute. Vor allem, also hier braucht man 200, hier 40 und hier 10. So, Red Arrow ist jetzt als Erster reingegangen. Genau, und hier, wow, da habe ich sogar wieder 5. Gebe ich gleich nochmal einen dazu hier. Juhu, jetzt habe ich hier den Rückruf erhalten. Wie gut ist das denn? Jetzt kann ich immer wieder zurück. So, und jetzt kostet es dann schon 50 Silber. Okay, und 15 Wissen pro Punkt. So, jetzt geht es rein. Denn, auch hier in der Hagasdorf-Zwischenwelt droppen natürlich sehr viele von diesen Büchern für das uralte Wissen. Die können wirklich von jedem Gegner droppen. Ich habe das Gefühl, manchmal bei Champions ist die Chance irgendwie höher. Aber ich weiß auch nicht. Kann nur so ein Gefühl sein. Die holt auch schon den ersten Fiesling-Maradeur. Aber das geht echt total easy-cheesy hier mit einer Gruppe. Wenn ich das hier ja sogar schon Solo geschafft habe, dann kann das ja mit einer Gruppe nur recht einfach werden. Mal schauen, wie schnell wir da jetzt durchkommen. Ich habe gebraucht, alleine in etwa, ich weiß gar nicht mehr, eine halbe Stunde. So, in etwa, glaube ich, wird das schon hinkommen. Aber die gehen ja wirklich runter wie Butter hier mit einer schönen Gruppe. Und Crowd Control ist auf jeden Fall hier das Stichwort. Also Stunts sowie mein Eis zum Beispiel. Da haben ja die Waldläufer auch noch ihre Falle. Dann noch ein Zirkelmagier, der auch diesen Eisangriff hat. Dann gibt es noch die Drachenkriege. Da haben wir auch hier einen. Sollte man unbedingt auch einen mitnehmen. Der dann natürlich ebenfalls die Gegner stunnen kann. Der dann nochmal mehr Schaden aushält. Also das macht schon echt Fun in einer Gruppe. So, ich locke jetzt mal die Hexe da raus, dass die da unten nicht so hart zu kämpfen haben. Einer ist nämlich leider gestorben gerade, der arme Waldläufer. Aber hier, wenn man hier stirbt, dann ist es eigentlich nur, weil man mal kurz nicht aufgepasst hat. Beziehungsweise die ganzen Feuerbälle. Wenn da wirklich von fünf Spielern die ganzen Feuerbälle und was weiß ich alles da runterprasseln, dann sieht man oft gar nicht, wenn zum Beispiel so eine Hexe jetzt irgendwas losschießt. Kann man oft dann gar nicht erkennen. Von daher ist das schon genehmigt. Darf man mal sterben? Kann passieren. So, und ich sammle jetzt wirklich immer jeden Loot ein. Weil, wie gesagt, für dieses uralte Wissen, das kostet dann beim zweiten schon 50 Silber. Das geht dann sicher rauf auf fünf Gold pro Punkt. Und da geht es ja noch sehr weit rauf. Also, Gold spielt jetzt auf jeden Fall eine große Rolle. Deshalb nehme ich da alles mit, was man kriegen kann. So, die sammeln hier alle noch fleißig ein, während ich da mal schon mal weitermache alleine. Die Wölfe sind auch etwas verwirrend hier, weil die gibt es ja auch diese Füchse. Und der Valdi hat mit Level 35, glaube ich, gibt es das so einen Angriff. Da kann er drei Wölfe herbeschwören. Und wenn er das verbessert hat, dann heilen die ihn sogar auch noch auf. Glaube ich, also so eine Art Live-Leach. Und wenn der die Wölfe hierher holt, glaube ich manchmal, das sind Gegner. Aber dem ist natürlich nicht so. Zwei Wächter, zweimal das schwarze Loch vom Zirkelmagier. Oh, das ist schön. Vor allem, das scheint eine richtig gut ausgestattete Gruppe auch zu sein. Findet man aber wirklich recht schnell. Ich habe das vorhin im Chat beobachtet. Der Gruppenleiter, der Adriano14, lädt einfach sämtliche Leute ein, wo er sieht, dass die schon die Handschuhe haben. Also, dass die schon eigentlich bei der zweiten Quest sind. Fragt dann einmal ganz kurz Q2 für Quest 2. Und dann schreiben sie entweder Yes oder No. Und dabei sind sie. Also, das geht hier echt schnell, eine Gruppe zu finden. Ich muss auch nur kurz in der Stadt stehen und werde gleich angeschrieben, ob ich hier die Quest 2 noch brauche. Quest 3 bekomme ich auch einige Anfragen, aber da sind noch nicht so viele Spieler. Und was sehe ich da? Da liegt ein uraltes Wissen herum. Droppen wirklich recht häufig. Aber okay, jetzt braucht man ja auch schon 15. Das heißt, das ist nochmal eine ordentliche Hausnummer dazu. Wieviel habe ich jetzt mein erstes erst wieder? Das heißt, jetzt bin ich eigentlich 5% stärker als vor dem Patch. Weil ich da ja 5% mehr Schaden und 5% mehr Lebenspunkte jetzt habe. 2.576 habe ich. Vorher hatte ich irgendwas mit 2.300, 2.400. Also, das ist schon auf jeden Fall mehr geworden. Jetzt weiß ich auch, warum der immer stirbt. Der läuft immer direkt in die Gegner hinein, um sie zu markieren. Aber das ist schon gefährlich hier in so einer Zwischenwelt, der Waldläufer. Ich kenne das ja jetzt selber von meinem Baldi. Wenn man da einmal zu nahe zu den Gegnern hingeht. Juhu! Das ist immer ein schönes Geräusch, wenn dann ein Quest-Item droppt. Am praktischen ist es wirklich, wenn sich einer darum kümmert, so um das Kiten sozusagen. Also der hält da, weil zum Beispiel ich mit meinem Wächter. Ich halte zum Beispiel jetzt die drei Gegner da fern. Ich kann die zwar natürlich nicht alle aushalten. Aber während der Drachenkrieger mit einem Damage-Dealer einstweilen bei irgendeinem anderen Gegner beschäftigt ist. So funktioniert das doch sehr gut. So, puppt der Schleimbeutel jetzt wieder zurück, wenn der stirbt. Weil der hat dieses Gift. Jawohl, ich bin ihm entkommen. Die anderen haben es leider abgefangen. Und da oben, bevor ich es vergesse, zwei hübsche Quest-Items. 75 von 200. Hallo, geh aus meinem Lutz. Meine Lutz. I need more Lutz. Oh, ich glaub, der hat den Stab vom Herold. Da beneide ich ihn aber jetzt. Den guten. Der Adriano. Da müsste ich noch öfters zum Herold schauen, dass ich den auch bekommen kann. Zwei Waldis, zwei Zirkelmagie und ein Drachenkrieger ist eigentlich die perfekte Formation. Wahlweise kann man sich auch noch zwei Drachenkrieger mitnehmen. Dann ist es noch etwas sicherer. Oh, wow, wow, wow. Ich hämmer hier die ganze Zeit. Nein, ich hab keinen Trank mehr. Wow, ich hab keinen Trank mehr. Nein. Ich hämmer die ganze Zeit auf meinen Teleport drauf, bis ich bemerkt habe, dass der gar nicht mehr... ...dass der noch gar nicht funktioniert. Das war jetzt wirklich ein sehr dummer Fehler von mir. Der nicht hätte passieren müssen. Oh, der arme Waldi, wo steht er denn? Kommt schon wieder ordentlich auf die Hüsse. So, jetzt aber erstmal wieder kurz alles erledigt. Oh, jetzt... So, hier geht's weiter. Da unten wartet auch der nächste Boss. Die Wölfe unten legen derweil ihre Fallen, aber das bringt ihnen nix. Die können da nicht drauf treffen oder treffen die uns? Nein. Uns nicht, aber ich kann sie treffen. Hallo ihr Süßen. 18 Kristalle der Wahrheit. Also hier, wenn da Andamante oder Kristalle der Wahrheit droppen in dieser Zwischenwelt, dann ist das richtig gleich immer eine ordentlich fette Summe. So, ich logge jetzt wieder diese Hexe da raus. Das alte Mütterchen. Ich muss nur ein paar Mal drauf schießen, dass ich die Aggro ziehe von ihr. So, komm. Oh, jetzt ist sie gestunnt. Weil die hat ja diese Barriere, also diesen Buff, den Schutzschild. Und während die dabei die Wölfe kloppen, ziehe ich das alte Mütterchen immer gerne raus aus der Zone. Na komm. Magst du mir nicht folgen? Ein bisschen irgendwie so. Genau, so, jetzt haben die Wölfe nämlich nicht ihren Buff und ich kann hier ganz locker diesen Gegner bearbeiten. So, Quest Item, Quest Item, Quest Item, bitte. Quest Item, Quest Item, Quest Item, bitte. Jetzt singe ich extra so lieb für sie. Und was macht sie? Gibt mir kein Quest Item, Quest Item, Quest Item, bitte. Aha, der Adriano nimmt hier eine Abkürzung. Geil, ich habe zwei funktionierende Beine. Oh, der zieht hier auch gleich ein bisschen was mit. Natürlich auch super. Jo, schon wieder Uraltes Wissen. Das leuchtet zu lila, da freut man sich auch richtig, wenn das droppt. Uraltes Wissen aus längst vergangenen Zeiten, mein Söhnchen. Du musst noch viel lernen. Wird dann gleich, sobald wir hier fertig sind, dann auch mal eine neue Rückkehr ausprobieren müssen. Ob das eine Abklingzeit hat oder ob man das immer verwenden kann. Aber so, was ich vom Quest Text, also von Beschreibungstext herausgelesen habe, sollte man das eigentlich immer verwenden können. Ah, und der Adriano verwendet anscheinend den Kettenblitz. Finde ich, also ich habe mir das so überlegt und auch ausprobiert, finde ich für die Zwischenwelten eher nicht so geeignet. Aber, ich will schon seinen Grund haben, warum der den verwendet. Er verwendet auch generell eher etwas andere Skills als ich. Und der, unser Tank, der Sebastian, 1973, schläft anscheinend noch. Wo ist der denn? Magischer Duria-Stab. Immer nur Duria-Stab, Duria-Stab, Duria-Stab. Ich will eine verdammte Duria-Route. Kann das Game das nicht verstehen? Ich meine, so schwer ist es ja wirklich nicht zu verstehen, oder? Duria-Stab, Duria-Stab, Duria-Stab. Was interessiert mich an Duria-Stab? Ich will nur die Routen. Denn die Routen sind die Guten. Auf, auf ihr Hasen, hört ihr nicht die Hagerstorf-Grotten blasen? Uh, Adriano, das war aber auch mutig von dir. Kamikaze-Aktion hier direkt rein, aber der passt wenigstens auf. Der sieht hier direkt den kleinen Maradeur da von hinten noch kommen. Läuft direkt weg. Ja, Duria-Route! Zwar nur eine grüne, aber besser als gar nichts. Weil auch aus denen habe ich schon wieder drei blaue. Fehlt mir noch eine blaue, dann gibt es wieder eine lilane und dann bin ich wirklich bald am Ziel bei der legendären angelangt. Oh, meine Essenzen sind fast um. Da wechsle ich mal zu den lilanen. Obwohl, gerade jetzt beim Boss hätte ich ja die anderen lassen können. Ach, egal. So, hat er noch den Wächter? Mein Wächter auch mal. Wow, was ist denn? Aber da. Ich wollte den Wächter machen. Wieso teleportiert sich der hier hinein? Oh mein Gott. Also alleine, wenn ich das alleine mache, sterbe ich hier gar nicht. Und dann passieren mir hier solche blöde Fehler. In der Gruppe. Das hätte aber wirklich nicht sein müssen. Oh, aber der Adriano ist auch gestorben. Bin ich nicht der einzige doofe Magier? Jo, nächster Boss down. Kein Quest Item. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Noch kein Quest Item von einem Boss. 19 noch immer, ja. Jo, aber ein paar normale zumindest. Und jetzt vielleicht von der letzten auch. Mit etwas Glück. Ja, ja. Das Einsammeln dauert dann immer. Weiß nicht, was sich die Leute da alles anschauen dann noch. Ihre ganzen Items. Da wache ich mal hier mit der Fahne. Was habe ich hier? Kroatien. Und was gab es hier noch? Dänemark. Yay! Und ein Feuerwerk. Wuhu! Party! So, passt schon wieder. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Adriano ist auch schon wieder da. Jetzt mal auf zum Endboss. Aha, nein. Vorher geht es hier noch. Und so. Achtung. Lieber Valdi, du stehst schon wieder unter Beschuss. Von so einer fiesen Todeshexe. Jau! Quest Item. Wieso hat der Valdi auf eigentlich drei Hunde und wir nur einen Wächter? Das finde ich unfair. Ich will auf drei Wächter auf einmal. So, jetzt schnell einsammeln hier. Quest, Quest, Quest. Oh, von oben und von unten. Bleib mal hier bei der Hexe. So, jetzt gehen alle meine Essenzen den Bach runter. Meister hinten noch was. Ah, hier steht noch einer. Ah, der Adriano ist erst jetzt wieder gekommen. Der ging ja vorher drauf, genau. So, ich kaufe mir jetzt mal diese hier in der Gruppe. Würde man eigentlich maximal die blauen brauchen, mit so vielen. Aber, um das doch mal ein bisschen anzuheizen jetzt beim letzten Gegner. Beziehungsweise bei der letzten Gegnerin. Oh, Adriano. Oh, keine Ahnung. Der ist irgendwie weg. Egal. Ich mach den hier. Na. Komm schon. Genau, ich mach den hier. Bin direkt beim Boss. Und der Valdi soll sich auf jeden Fall schön langsam vertschüssen. Wo ist er denn? Schon wieder nur noch ein kleines Zipfelchen. Der spielt wirklich mit Adrenalin pur. Der steht anscheinend auf den Kick. So, jetzt ist er wieder aufgeheilt. Frisch und munter mit neuen Kräften. Schließt er sich dem Kampf an. Ein Kampf, der von vorne hinein schon zum Gewinnen verurteilt war. Und da liegt sie. Und heute wieder mal nicht so viel Glück mit den Quest-Items. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Schon wieder nix. Aber irgendein außergewöhnliches Item habe ich da gesehen. Aber das hilft mir für die Quest auch nicht viel weiter. Ander Mann. So, einmal einsammeln. Die Stiefel waren die außergewöhnlichen. Einiges an Silber. Naja. Aber eben kein Quest-Item. So, Adriano. Wieder da. Und was geht mit dem Guten hier? Ist ja wohl ein Scherz. Wieso steht der hier unten? Das weiß wohl auch niemand. Aber an mir kommst du nicht vorbei. Du Fiesling-Meister-Räuber. Gib mir deine Brokatscherpe. Inventar ist voll, aber da steht ja der Amon. Ganz am Anfang von der Zone. Dort kann man dann verkaufen bei dem. So, wo willst du hinlaufen? Da drüben ist nix mehr. Mal schauen. Kleiner Zwischenstand. 79, 19, 7. Also das, da hatte ich schon bessere Runden. Aber die Zone ist ja noch nicht ganz gecleared. Da gibt es ja noch ein paar Teile. Schauen wir noch. Man sollte immer die ganze Zone mitnehmen, weil oft hat man es dann, dass irgendwo ganz am Ende dann gleich drei Quest-Items auf einmal kommen. Das hat die letzte Zone, wo ich Solo drin war. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was war das für eine Runde. Dann gehe ich noch zwei Schritte weiter. Und dann droppen gleich zwei Gegner hintereinander. Also das sollte man auf jeden Fall immer die ganze Zone clearn. Weil hier eher im Westen der Zone gibt es noch sehr viele Gegner, wo aber kein spezieller Boss oder so ist. Die werden ganz gerne ausgelassen. Aber die würde ich auch immer mitnehmen. So, wofür entscheiden wir uns? Wohin gehen wir? Unstimmigkeiten in der Gruppe Hagasdorf. Immer höre ich dieses Amulett-Geräusch, aber ich will das Quest-Geräusch öfters hören. Mich interessieren, wie die anderen da so dabei sind mit den Quest-Items. Ob ich da gerade der Einzige mit einer Page-Strähne bin? Jau! Genau, das macht Freude, dieses Geräusch. Kristalle auch noch. Wenn da Kristalle droppen, dann aber ordentlich. Jetzt habe ich auch schon wieder fast... Naja, fast 1000. Doch, fast 1000 zusammengesammelt. Nur hier durch... durch die Hagasdorf-Brotten. Und 81 Items. Sauber. So, jetzt hier noch ein paar Mal. Gleich hintereinander haben wir die Quest-Items. Los! Bitte! Bitte, 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 bitte! Bitte! Wo sind die Mobs? Da sind die Mobs! Oh, von da oben sehe ich auch welche. Wo kommen die denn auf einmal her? Yay! Schon wieder! Ich sage es ja wirklich. Jetzt geht es voran. Man muss immer die ganze Zone klären, bevor man hier sein Urteil fällt. Über die Quest-Items. Und eine außergewöhnliche Elementaristen-Robe. Aber mein total ist voll. Aber die brauche ich eh nicht mehr. Oder obwohl die Robe könnte ich schon mitnehmen. Doch, die Robe werde ich mitnehmen. Oh nein! Adriano! Warum nur immer du? Wie kannst du nur? Und gleich nochmal! Yes! So, Granatkristall kommt weg. Dafür sack ich hier die Elementaristen-Robe ein. Der arme Adriano. Zum Glück bleiben die Quest-Items für ihn liegen. Und die normalen Items. Erst wenn er jetzt wieder reingeht, hat er direkt wieder alles. Aber der Sebastian spielt gut, muss ich sagen. Ich glaube, der ist auch noch gar nicht gestorben. Weil hier als Tank, wenn man da viel zu offensiv vorgeht, was ja bisher der Drachenkrieger immer gemacht hat eigentlich. Aber in den anderen Zonen hält man es eben aus. Aber hier sind die zu stark. Da kann man nicht direkt reinlaufen. Der pickt sich immer hier ein paar raus. Bleibt eher defensiver. Genau, der läuft nicht direkt in die Menge gleich hinein. Also finde ich sehr gut, wie der spielt. Der macht das schon ordentlich so. Oh, ja, war ganz anders als ich zum Beispiel. Wenn man in so einer Situation ist, einfach zurücklaufen und eine Sphäre von vorher holen. Weil da liegen meistens noch welche herum, die man vorher gar nicht gebraucht hat. Was? Adriano? Schon wieder da? Das kann ja nicht sein, oder? Mensch, Adriano. Hallo, Wolf, bitte. Ich kann es nicht dann klicken. 87 von 200. Nice. Aha, Moment. Da unten ein Fallensteller. Den schnapp ich mir mal. Boah, von den Grünen habe ich jetzt schon so viele. Ich glaube, die nehme ich jetzt nicht mehr mit. Da reicht mir erstmal diese Reihe. Die droppen hier auch sehr häufig. Und dann gleich immer 600 bis 700 auf einmal. So, aber meinen Wächter muss ich dafür gleich immer ganz nahe hinstellen. Irgendwo direkt in die Menge hinein. Und uraltes Wissen. So. Ein kurzer Check. Zwei habe ich. Also ich glaube jetzt so in etwa insgesamt habe ich... Müsste ich vier gefunden haben. Also das müsste jetzt das vierte oder so sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Lohnt sich also schon. Nur ich bin gespannt, wie viel das dann später wird. Weil jetzt braucht man fünf am Anfang für die ersten fünf. Dann 15, wie wir jetzt gesehen haben. Plus 50 Silber. Und gleich nochmal. Aber das wird dann sicher immer mehr. Vielleicht braucht man dann am Ende gleich 150 pro Punkt. Aber es soll ja auch so sein. Weil ich kann ja nicht hier in einem Tag dann schon voll sein. Das wäre auch etwas langweilig. Yes. Was geht denn jetzt? Vorher zweimal Andermann. Quest Item. Uraltes Wissen. Drei Stück jetzt. Boah. Manchmal kommt es mir so vor, als würden die letzten Gegner irgendwie dann noch... ... eine kleine Überraschung beinhalten. Weil das sind jetzt die letzten Gegner der Zone. Wie gut ist das denn eigentlich, bitte? Also wenn man das wüsste. Wenn man zum Beispiel die Zone nach dem Endboss einfach verlassen würde und wüsste aber, dass hier sowas droppt. Da würde man sich aber auch in den Hintern beißen. Hat sich echt gelohnt. Jetzt nochmal so viel uraltes Wissen eingeheimst. Und dann hier noch Quest Items. Muss man schon sagen. Das dürfte es gewesen sein, oder? Einen Raum gibt es noch? Nein. Nö. Das war eine Runde. Durch die Hagerstorf-Groppen mit... ... mit einer Gruppe. Hier verkaufe ich jetzt erstmal schnell. So, das war gar nicht so viel Trash-Loot. Aber irgendwelche normalen Sachen kann ich hier auch verkaufen. Ah, die Handschuhe brauche ich nicht mehr. Da habe ich jetzt sowieso welche. Die auch. Das auch. Außergewöhnliches Amulett. Naja, vielleicht behalte ich mir das. Die Roben werde ich irgendwie zusammenschmieden. Stab brauche ich auf keinen Fall. Habe ich sonst noch irgendwas? Ja, hier, das kann auch alles weg. So, und... Oh, ich bin der Einzige nur noch drin. Dann wieder raus. Und gleich noch eine Runde. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da ging wieder ordentlich was weiter. Bis auf hier beim letzten leider nichts. Aber was soll's? Und sehr viel uraltes Wissen. Das... Also, das kann man zwar hier in den Zwischenwelten nicht so schnell farmen. Da gibt's andere Stellen. Aber auf jeden Fall hat sich das auch schon mal sehr gelohnt.